Ich tue den Wackelsacken von mir auf. Das ist ja nichts für mich. Das ist Wahnsinn, ne? Da wollte ich mal auf, da drin wäre. Sie sieht ja die Bärlekenzeitschein. Wer ist das? Aber die Bärlekenzeitschein? Das ist ja nichts für mich. Wahnsinn, ne? Ich bin ein Spezialist. Die waren alle für die Hände. Mein Schwager hatte einen Weiß. Ich bin neuwertig restauriert. Der ist ja süß hier. Der ist ja süß hier. Ja, ich stelle dich mal dazu. Wo hast du ihn angefangen? Ist ein Hämmern. Der hätte die Stellung gesagt. Der hätte grönt. Der wäre auch gewollt. Der hätte die Angst. Der war. Der war auch nicht. Der war auch nicht. Der war auch nicht. Ich habe viele Lieblings-Arketscheibe. Der war auch nicht. Er war wirklich. Er war nicht. Er war nicht.